Film würde ich mir sagen, ziehen wir uns erstmal den neuen Herr-Bergmann-Film rein und danach geht's Among Us. Ich bin großer Herr-Bergmann-Fan, Alter, wirklich. Tim! Alter, guck mal, wie das wieder aussieht hier. Ich bin immer eifersüchtig drauf, was für eine gute Qualität der hinten. Boah, Digga, wenn ich so kreativ und gut aussehen wäre wie Herr Bergmann. Ich mein's ernst. Guck mal, wie krass das aussieht. Ja, was ist los? Ey, wo ist mein Essen? Ich warte jetzt eineinhalb Stunden, ja? Die Bürger, ja, ja, klar. Ich bin gerade auf dem Weg. Ich stehe gerade im Stau. Ich verstehe sie auch ganz schlecht, aber die Bürger sind, äh, habe ich dabei. Ey, 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 stopp, stopp. Jetzt nicht abwürgen, ja? Bis gleich, ciao. Das ist immer so schwer, als man... Alter, ist das krank gemacht. Junge. Der dreht einfach Kinofilm. Alter, Tim. Birgi. Junge. Jetzt wo? Schalt mal vom Autopilot auf manuelle Steuerung. Was ist denn da vorne jetzt los? Ich versuche mich mal vorsichtig dran vorbeizuschlängeln. Ach, Digga, das ist ein Game. Was ist denn das? Ist das die Fürst-Uhr? Wow, Alter! Der Zoo, Alter! Alles auf den Schild, wir müssen hier weg! Boah, Junge! Das ist das Game dazu! Wie krass, Tim! Alter! Deutsche Julien Bam! Wer hat denn dieses Setup gekauft? Junge, Junge, Junge! So aufwendig, das alles zu trappen mit dem Green Speed und sowas. Und es ist so gut gemacht. Man sieht hier fast keine Ränder. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich kenne doch die scheiß Route. Ich habe ihm fünfmal gesagt, wir sollten eine andere nehmen. Insane. Insane. Ich kann sie nicht mehr hören, Chef. Die, ich war... Ja, ablä. Geil. Sehr, sehr geiles Product Placement. Unglaublich stark. Da müssen wir ein bisschen genervt, mein Freund. Du musst mal auch ein bisschen was machen da hinten. Und alles self-made und self-edited. Ihr Zweine! Ich habe mich immer bei Star Wars gefragt, warum die nicht kotzen müssen. Okay, ich glaube, wir haben sie. Oh nein, oh nein, Tim! Birgi! Nein, der verbrennt! Bei lebendigem Leid! Nein, Tim, bitte nicht! Oh, Schatze, bro. Oh nein. Oh, er lebt noch. Oh mein Gott. Hallo? Was ist denn nun? Oh, Bro, der lebt noch. Ich habe Hunger! Und das Game kaufe ich mir! Absolut wild. Tim, das hast du sehr gut gemacht und ich bin stolz, dich zu kennen. Ja, genau. Also dann.